Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Review zum Rivendell Environment von Waiter Collectibles. Rivendell bzw. Bruchteil, wie man auf deutsch sagt, wurde hier in einem Environment höchst detailliert und wirklich wahnsinnig eindrucksvoll von Waiter Collectibles, der Unterabteilung der Waiter Effektschmiede aus Neuseeland, umgesetzt. Dieselbe Crew, die auch an den Requisiten und Modellen zu den Filmen gebaut und mitgewirkt hat, hat sich dieses Projektes angenommen und wirklich ein Meisterstück abgeliefert. Ein Team aus 14 Modellbauern und Künstlern hat insgesamt über 1200 Stunden an Arbeit, Kreativität und vor allem Liebe in die Umsetzung dieses Dioramas gesteckt. Und so können wir Sammler uns nun über das nächste Highlight der Environment-Linie von Waiter freuen. Also liebe Gefährten, begleitet uns nun bei unserer Erkundungsreise nach Bruchteil ins Hause Elrons. Untertitelung vonっていう Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020